willkommen zurück zum zweiten teil unserer heutigen vorlesung immer noch ein bisschen sonne über daheim wir werden uns jetzt fragen wie können wir aus unserem gerade eben in grafischer form dargestellten automaten eine hardware realisierung bauen also wie schaffen wir es diesen automaten zu übersetzen in ein digitales schaltwerk was genau die gewünschte ampelsteuerungs funktion realisiert und dazu werden wir diesen automaten überführen in eine tabellarische darstellung aus der wir später genau die schaltfunktionen ablesen können die wir realisieren müssen um zusammen mit einer bank von flipflops von noch zu definierender breite die zustandsspeicher und die übergangsfunktion und die ausgangsfunktion digital abzubilden bevor war damit anfangen kurz noch mal ein blick auf das was uns jetzt interessiert wir hatten gerade die theoretische darstellung des automaten in form des übergangs grafen wir wollen in der digitaltechnik jetzt genau hierhin wir wollen ein steuerwerk bauen was einen takt bekommt mit einer taktfrequenz von 1 herz in unserem fall was über ein reset-taster verfügt was über zwei eingaben verfügt start und emergency drei ausgaben rot gelb und grün zur ansteuerung der ampel und hier drin wollen wir jetzt die digitale hardware bauen die diese automaten funktion tatsächlich realisiert müssen jetzt noch einen vorbereitenden schritt machen bevor wir das ganze in die zustandsübergangstabellen überführen können wir müssen unsere transitionen durchnummerieren damit wir später tabellen indizes und transitionen miteinander verknüpfen können ich jetzt mal folgendes ich gehe mal zyklisch herum in diesem ganzen grafen und schreibe an den fuß jeder einzelnen transition eine durchlaufende nummer dran in welcher reihenfolge sie diese transition nummerieren ist letztlich völlig egal weil es später nur ein index in einer tabellenzeile ist die beliebig untereinander vertauschbar sind aber ich möchte systematisch hier oben anfangen mit der transition nummer eins also schreiben sie bitte mein tipp wir werden später sehen wozu das gut ist diese nummer immer dran an den ausgangspunkt der transition nicht an das ende des pfeils das also hier ist unsere transition nummer eins dann nehmen wir hier die nummer zwei und gehen wir mal ruhig zyklisch durch in dem einen kreis wir nummerieren jede transition von jedem zustandskreis aus war jetzt hier rechts umlaufend 12 und drei dann haben wir hier unten am nächsten kreis mit dem s1 die transition nummer vier dann haben wir hier die nummer fünf und die nummer sechs kann es nicht oft genug wiederholen markieren sie bitte nur die ausgangspunkte von den transitionen fünf und sechs hier hier haben wir dann die nummer sieben und ausgehend von s3 nach s0 hier die letzte transition der wir die nummer acht geben wenn sie das jetzt ganz anders durchnummeriert hätten also die nummer beliebig vertauscht hätten oder meines wegen von null angefangen hätten das ist völlig egal es muss nur jede transition einmal nummeriert sein mit einer eindeutigen nummer wie auch immer die aussieht wir werden jetzt folgendes machen wir werden versuchen diesen automaten in seiner grafischen darstellung zu überführen in sogenannte zustandsübergangstabellen zustandsübergangstabelle diese zustandsübergangstabelle wird eine logisch äquivalente darstellung dieses grafen sein allerdings in einer form die uns gleich erlaubt tatsächlich die übergangsinformationen ausgangsinformationen durch bits und bytes auszudrücken die wir dann mithilfe digitaler realisieren können wie sieht eine solche zustandsübergangstabelle aus zustandsübergangstabelle hat die hier dargestellte struktur sie enthält für jede transition eine zeile deswegen haben wir die gerade durchnummeriert diese transition haben wir mit dem index k bezeichnet von 1 bis m in unserem fall war m gleich 8 für die 8 transition und in jeder zeile wird für die betreffende transition die logische bedingung aufgeschrieben die für eine transition aus dem zustand in einen folge zustand zutreffen muss also auf der linken seite links von diesem etwas dickeren weißen strich dort haben wir die eingangsbedingungen also für die transition nummer 1 steht hier welche logikpegel müssen die eingangssignale haben im gegebenen zustand so dass in einen folge zustand übergegangen werden kann und zu dem zustand passende ausgaben erzeugt werden können und das machen wir für jede einzelne transition nicht so viel theorie wir machen das jetzt direkt an unserem beispiel von unserem automaten hier was ich noch mal dargestellt habe hier abend auf der folie dort sehen sie die selbe darstellung moment wir brauchen die vom automaten hier wie müssen wir jetzt aus diesem übergangs grafen die transition tabelle die übergangstabelle ableiten also was brauchen wir wir brauchen eine breite tabelle diese tabelle enthält auf der linken seite den index i oder k index nr k und zwar brauchen wir eine zeile für jede transition 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 hatten wir acht also 1 2 3 4 5 6 7 8 und nun kommen als nächstes die eingaben die eingaben sind also die kombinationen der eingangs signale und von diesen eingaben hatten war zwei nämlich start und img start und img sie werden jetzt vielleicht fragen warum ist denn dieses reset signal kein eingang dieses reset signal ist ein sogenanntes asynchrones signal das heißt wir können unabhängig vom takt den reset jederzeit drücken denken sie an das was sie im praktikum realisiert haben mit ihren flipflops mit asynchronen sets und reset das sind genau diese eingänge dort können sie unabhängig vom takt jederzeit ihren initial zustand setzen so ist das auch hier eingänge sind nur diejenigen signale die abgefragt werden was die übergänge von einem zustand in den nächsten betrifft und das betrifft hier ausschließlich die beiden signale start und emergency so die eingaben haben wir aufgeschrieben und jetzt kommt die zustandsinformation zustands information ist die information über den aktuellen zustand zustand den schreiber hier rein dann haben wir die mitte der tabelle und als nächstes schreiben wir auf den folge zustand welcher folge zustand ergibt sich aus einer transitionsbedingung und ganz rechts schreiben wir auf die ausgaben die ausgaben sind unsere drei ampel farben rot gelb und grün und damit haben wir unsere transitions tabelle strukturiert jetzt werden wir versuchen weil genau die hier dargestellten angaben zu unseren eingangssignalen zustandsinformationen folge zustandsinformationen in diese zustandsübergangstabelle zu übertragen schauen wir uns dazu mal die transition nummer eins an hier oben für die transition nummer eins dort sehen wir dass war eine bedingung haben das war aus dem zustand s0 in den folge zustand s0 übergehen die transition s transition 1 führt uns vom zustand s0 in den folge zustand s0 und zwar unter der bedingung dass sowohl start als auch emergency auf null sind also falsch sind das bedeutet für start und emergency setzen wir hier jeweils 0 an und dann kommen die ausgaben dazu welche ausgaben müssen wir erzeugen im zustand im zustand s0 ganz wichtig die ausgaben arbeiten mit einem murr automaten beziehen sich auf den zustand nicht auf den folge zustand das heißt der zustand hier der bestimmt die ausgaben also im zustand s0 also im zustand s0 hier welche ausgaben müssen wir erzeugen das sind genau das sind genau diese drei hier diese drei hier 1 0 0 rot gelb und grün müssen 1 0 und 0 sein im zustand s0 dann gehen wir dann gehen wir zur transition nummer 2 transition nummer 2 führt uns vom zustand s0 zum zustand s1 und zwar unter der bedingung dass start auf 1 und emergency auf 0 sitzt 1 und 0 welche ausgaben müssen wir erzeugen die transition nummer 2 verlässt auch wieder den zustand s0 und für die fragestellung transition nummer k was sind dort die relevanten ausgaben die relevanten ausgaben sind die die von der wurzel der transition her kommen also woher kommt der pfeil und der bestimmt dann die ausgaben die wir in diese spalte schreiben müssen also der pfeil nummer 2 kommt aus dem zustand s0 zum zustand s0 gehört dann eine ausgabe und diese ausgabe ist natürlich identisch mit der oben drüber ja sowohl hier als auch hier haben wir s0 als ausgangszustand und zu diesen zuständen gehört jeweils die ausgabe rot 1 0 0 dann schauen wir uns die transition nummer 3 an die transition nummer 3 geht vom zustand s0 in den zustand s2 ausgangszustand s0 folge zustand s2 unter der bedingung dass emg gleich 1 ist also der krankenwagen hat das notsignal betätigt so was machen wir jetzt mit dem startsignal hier steht nichts zum startsignal das ist auch kein wunder denn das startsignal ist in diesem zusammenhang ja völlig irrelevant also unabhängig davon ob im auto nun gerade auf dem sensor steht oder nicht der krankenwagen hat sich den weg freigeschossen über das notsignal das bedeutet start ist uns egal es ist ein don't care in dem zusammenhang wenn es an dieser transition gar nicht auftaucht ist start gleich x wir werden sehen dass das ein bisschen anders gelagert ist dieses x als die xe die wir bislang kennengelernt haben das ist ein sogenanntes eingangsseitiges don't care das ist ein don't care was uns auf der seite der eingaben nicht interessiert bislang hat man nur don't cares auf der seite der ausgaben wie wir mit eingangsseitigen don't cares umgehen müssen das werden wir gleich sehen wenn wir die schaltfunktionen bauen die uns zur realisierung von diesem automaten führen ausgaben zur transition nummer drei die transition nummer drei geht wieder aus vom zustand s0 das heißt wie oben drüber in den drei zeilen 1 und 2 haben wir 1 0 0 als ausgaben zugeordnet zum zustand s0 ich kann das immer nur wiederholen es bleibt wichtig die fragestellung was ist entscheidend für die ausgaben ist der zustand hier und nicht der folge zustand also die ausgaben sind keine funktion der rechten seite dieser tabelle sondern eine funktion der linken seite dieser tabelle transition nummer vier nummer vier geht vom zustand s1 zum zustand s2 s1 nach entschuldigung im moment doch vom zustand s1 zum zustand s2 ist richtig und diese transition ist bedingungslos 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 heißt es werden keine anforderungen gestellt an die beiden eingangssignale start und emergency dementsprechend sind beide inputs an dieser stelle don't care die ausgaben die machen sich jetzt fest an dem was in dem kreis mit s1 steht also zustand ist rot gelb s1 und in s1 geben wir die ausgabekombination 1 1 0 aus an die transition nummer fünf das ist diese sogenannte selbst schleife um den zustand s2 also transition nummer zwei führt uns von s2 nach s2 zurück unter der bedingung dass das signal emergency gleich 1 ist und start ist don't care ausgabe beim zustand s2 ist grün also 0 0 1 und damit hätten wir transition fünf abgeschlossen dann zur nummer sechs die nummer sechs führt uns von s2 nach s3 unter der bedingung dass emergency gleich null ist also emg quer wahr ist auch hier wird wieder start nicht abgefragt dementsprechend start gleich don't care x und in zustand s2 geben wir wieder 0 0 1 aus dann haben wir die transition nummer sieben die führt uns zurück von s3 nach s2 also genau den umgekehrten weg s3 nach s2 unter der bedingung dass emergency gleich 1 ist start don't care und in s3 wird grün ausgegeben also 0 1 0 also 0 1 0 an ry und g last but not least die transition nummer acht damit schließen wir unseren kreis gehen von s3 nach s0 zurück unter der bedingung dass emg gleich 0 ist start don't care und es wird wieder gelb also 0 1 0 ausgegeben in diesem zustand was haben wir jetzt erreicht wir haben den grafen dort oben links überführt in eine zweidimensionale tabellarische darstellung ja mit ein und derselben logischen aussage sie können diesen grafen in diese transition tabelle überführen und sie können auch den grafen wieder rekonstruieren zumindest in seiner logischen struktur aus dieser transition tabelle also der wahrheitsgehalt bei der darstellung ist identisch was haben wir nun davon wir haben davon dass wir schon ein bisschen der digitalen realisierung näher gerückt sind weil wir schon ein bisschen so was sehen wie einzelnen und nullen hier oben drin diese einzelnen und nullen die brauchen wir ja um diese funktionen in digitalen gattern realisieren zu können schauen wir noch mal ein bisschen zurück auf die definitionen von unserem endlichen automaten was wir dort gebaut haben damit sie sich an paar themen erinnern hier nach der definition eines endlichen automaten gibt es sowas wie ein eingabe alphabet das eingabe alphabet ist nichts anderes als die menge der kombinationen die wir hier bei unseren eingaben sehen dann haben wir ein ausgabe alphabet das ausgabe alphabet ist die menge der kombinationen die wir hier in der ausgabe spalte sehen dann haben wir eine endliche zustandsmenge ja das sind die mengen aller zustände die der automat einnehmen kann also hier von s0 s1 s2 bis s3 und jetzt kommt zwei funktionen sind gegeben die zustandsübergangs funktion delta und die ausgabe funktion lambda was ist denn diese zustandsübergangs funktion delta zustandsübergangs funktion delta ist die funktion die aus den informationen über eingaben und aktuellen zustand den folge zustand berechnet das ist genau diese delta funktion und dann haben wir die funktion lambda die funktion lambda das ist die funktion die die ausgaben berechnet auf der basis von eingaben und aktuellen zustand also von hier nach da dort haben wir diese funktion lambda und da sehen sie schon dass wir in die nähe kommen von etwas was wir als schaltfunktion kennen wir sehen hier dass die eingaben start und emergency ja schon als bits gegeben sind okay wir haben dann sowas wie don't cares drin aber diese don't cares wissen wir die können 0 oder 1 sein also unser eingaben haben wir schon digital codiert und zumindest wenn wir die don't cares hier als nullen und einsen ansehen dann sehen wir dass wir hier eine wahrheitstabelle haben das heißt also dieses lambda lässt sich aus der zustandsübergangs tabelle als wahrheitstabelle repräsentieren und entsprechend umsetzen in eine digitale schaltfunktion mit hilfe der bei uns bekannten synthese methoden machen wir gleich wir sehen aber auch dass in dieser zustandsübergangs tabelle dieses delta noch nicht in einer form beschrieben ist dass wir digitale hardware daraus machen könnten warum weil diese zustände hier zustände und folge zustände noch symbolisch kodiert sind hier steht so was wie in s3 bauen sie mir in s3 mal aus bits und bytes also ich habe jetzt noch keine möglichkeit mit den bisherigen kenntnissen für s3 eine realisierung als bits zu finden das ist schon das stichwort das müssen wir genau machen wenn wir eine solche zustandsübergangstabelle zur synthese von digitaler hardware verwenden müssen dann müssen wir für die noch symbolisch beschriebenen zustands darstellung binäre codierung finden also für alle zustände s0 s1 s2 s3 eine eindeutige repräsentation durch einen binären code aus einzelnen und nullen den wir in flipflops einspeichern können zur zustands speicher zustands informations speicherung das wird unser nächster schritt sein die fragestellung der zustands codierung wir werden mal eine zustands codierung definieren für unsere zustände s0 s3 also wir haben ein zustand und einen code den wir dazu definieren müssen welche zustände haben wir wir haben s0 s1 s2 s3 und wir brauchen eine darstellung die uns die überführung in eine digitale hardware ermöglicht das heißt dieser code muss in binärer form dargestellt werden so nennen sie mir mal irgendeine möglichkeit ein s0 bis 1 s3 in eine digitale darstellung zu bringen also man länger darüber nachdenken stellen sie fest es gibt eigentlich unendlich viele das einzige was ich sicherstellen muss ist als randbedingung dass jeder digitale code jedes digitale wort was ich zur identifikation eines zustandssymbols verwende sich eindeutig unterscheiden muss von allen anderen codes es dürfen also nicht zwei zustände denselben digitalen code haben soweit ist klar ansonsten habe ich erstmal ohne weitere randbedingungen freie wahl wie ich diese eindeutige zuordnung zwischen bits und bytes und den zustands namen fehlen kann das einfachste was ich machen kann ist ich nehme mal eine durchnummerierung in binärer form vor so wie unsere zustände schon durchnummeriert sind die haben die namen s0 bis s3 lassen sie uns doch einfach mal den index 0 bis 3 in binärer form kodieren und schon haben wir eine eindeutige zustandskodierung für diesen einfachen fall also ich nehme als code 1 0 1 1 1 0 und 1 1 und habe damit nichts anderes gemacht als diese indizes direkt in die betreffende binärer darstellung überführt was wir damit machen können das sehen wir jetzt wenn wir auf unsere zustandsübergangstabelle zurückgehen da lassen sich mal kurz ein bisschen aufräumen hier dass wir gleich noch sehen was wir tun wir wollen dahin kommen dass in dieser zustandsübergangstabelle nur noch nullen und einsen darstellen so dass wir diese tabelle als wahrheitstabelle betrachten könnte wir umsetzen können in eine digitale hardware mit hilfe der kanonischen logik synthese und logik minimierung mit dem kano verfahren haben wir gesagt wir ersetzen jedes zustandssymbol durch den binären binär dargestellten index 0 bis 3 machen wir das einfach mal also überall dort wo es 0 steht da schreiben wir mal eine 0 0 rein 0 0 0 0 0 hier ist ein s 0 kommt nur 0 rein überall dort wo ein s 2 steht dort schreiben wir 1 0 rein überall dort wo es 3 steht wo es 3 steht kommt der code 1 1 hinein so jetzt haben wir zustand und folge zustandsinformation kodiert rein binär ob das jetzt symbolische namen sind oder eine kodierung in dem binär wort ist jetzt erstmal von der logik völlig egal für die realisierung ist es aber entscheidender punkt denn was wir jetzt sehen das hat ja ganz klar die eigenschaft einer werte eine wahrheitstabelle hier mal ein bisschen die bilds voneinander trennen dass das etwas klarer sehen schreibt das einfach eine spalte weiter was haben wir denn jetzt offensichtlich haben wir eine wahrheitstabelle wo auf der linken seite eingaben haben und zwar vier an der zahl die eingabe start emergency so und jetzt zwei zustands bilds damit ich diese beiden zustands bilds voneinander unterscheiden kann möchte ich sie mal bezeichnen dieses zustandsbild hier nenne ich s 1 oben i das heißt also vom iten zustand in unserem ablauf das bild mit der wertigkeit 1 und hier s 0 oben i klein s 0 oben i und als folge zustand sage ich das seien jetzt die bits s 1 oben i plus 1 und und ist null oben i plus 1 ich möchte jetzt die linke seite als inputs betrachten zu einer wahrheitstabelle und auf der rechten seite haben wir die outputs von einer wahrheitstabelle beziehungsweise von mehreren wahrheitstabellen eigentlich müssen wir folgendes tun wir müssen jetzt jede einzelne logikfunktion hier oder jede einzelne spalte als eine logikfunktion betrachten die ja durch die inputs auf der linken seite angesteuert werden jetzt haben wir insgesamt fünf logikfunktion s 1 i plus 1 s 0 i plus 1 r y und g jetzt überlegen sie mal was sie im praktikum gemacht haben sie haben ein binär zu sieben segment decoder gebaut ich werde ihn gerade mal auf dem bildschirm bringen kleinen moment dazu brauchen wir die betreffenden folien aus dem kapitel 6 spezielle schaltnetze und dort finden sie den sieben segment decoder den hier sollten sie bauen und dieser sieben segment decoder der ist nichts anderes als eine solche wahrheitstabelle die wir gerade gesehen haben was hatten wir da um diese funktion zu bauen konnten sie die vier eingangssignale als adressen in einer tabelle sehen und in dieser tabelle mussten sie sieben verschiedene logikfunktion realisieren und die praktisch auf einen rutsch hier ausgeben wollen sie jetzt mal sich anschauen was sie bauen müssen wenn sie einen solchen automaten realisieren wollen dann haben wir genau diese situation wir haben auf der linken seite unsere eingaben auf der rechten seite sind jetzt nicht sieben sondern fünf logik funktionen die wir realisieren müssen und dann wird ihnen schon einigermaßen klar aus der art und weise wie sie ihren sieben segment decoder aufgebaut haben wie wir diese übergangs und ausgabe funktionen digital bauen müssten für einen endlichen automaten unser ziel ist es ja diese logik hier zu erstellen wir versuchen also ein schaltnetz zu bauen was uns aus dieser wahrheitstabelle die logikfunktionen delta und lambda die übergangs funktionen die ausgabe funktion realisiert und dann müssen wir nachdem wir diese logikfunktion synthetisiert haben diese schalten jetzt noch verknüpfen mit einem zustandsregister was die zustandsinformationen speichert wie viele flipflops brauchen wir dafür ja genau zwei denn wir haben eine zustands codierung gewählt mit zwei bit also zwei flipflops brauchen war und eine realisierung dieser fünf logikfunktionen auf der rechten seite die wir dann in einem zyklus zusammenschalten und fertig ist unser automat so wie können wir das machen wir haben jetzt folgendes gebaut wir haben einen natürlichen dual code verwendet um unsere zustände zu kodieren in abhängigkeit von den indizes unserer zustandsnamen das war die tabelle die wir gerade schriftlich abgeleitet haben hier nochmal in schöner darstellung auf der folie und jetzt geht es um die fragestellung wie bauen wir daraus eine entsprechende digitale hardware noch mal zur erinnerung diese beiden spalten und diese drei hier form jetzt die darzustellen den zustands übergangs und ausgabe funktionen in abhängigkeit von diesen vier inputs start emg s1 und s0 oben und wir können diese ganze logik mithilfe einer sogenannten pl a matrix realisieren eine pl a matrix sieht im wesentlichen so aus ich werde gleich noch mal auf die technischen details hier eingehen wie wir sowas realisieren eine pl a schaltung da steht für programmable logic array das ist eine schaltung die können sie tatsächlich so in hardware kaufen wir werden das auch im praktikum verwenden die besteht aus einem integrierten baustein das heißt alles was sie hier oben sehen ist in einem gehäuse als integrierte schaltung zusammengebaut sie sehen von außen also nur die beinchen hier diese anschlüsse und diese pl a schaltung ist im wesentlichen eine kurzform darstellung für eine realisierung von beliebigen logik funktionen programmierbaren logik funktionen in disjunktiver normal form sie haben auf der linken seite eines pl a eine sogenannte und matrix in dieser und matrix werden alle signale eingespeist über literal generatoren das heißt auf der linken seite hier oben dort haben sie jeweils das eingangs signal in diesem fall start in seiner natürlichen polarität was mal ein bisschen größer dort haben sie das eingangs signal start in seiner natürlichen polarität und hier das eingangs signal start invertiert also einmal start start quer dann haben sie hier als nächste möglichkeit ein signal einzuspeisen in natürlicher und invertierter polarität und je nach größe des pl a's haben sie davon beliebig viele eingänge jetzt ist jede zeile in einem solchen pl a eine symbolisierung für eine unverknüpfung sie können auf diese unverknüpfung jetzt die literale die hier durch die literal generatoren bereitgestellt werden in positiver oder negativer polarität in diese unverknüpfung aufschalten das bedeutet überall dort wo ein kreuzchen gesetzt wird wird das jeweilige literal als teil der unverknüpfung eingebunden und so können sie unverknüpfung in diesem fall hier mit bis zu vier eingängen in den von uns verwendeten system mit bis zu 16 eingängen realisieren und jetzt können sie hier die unverknüpfung bilden was steht hier also in diesem beispiel drin wir haben hier eine verknüpfung der eingangs signale nicht start und nicht img so und es kommen noch zwei signale und nicht dieses signal und nicht dieses signal und das gibt das ergebnis der unverknüpfung hier aus und auf der rechten seite dort sehen sie die sogenannte oder matrix die oder matrix ist jetzt vertikal angeordnet in dieser oder matrix können sie die auf der linken seite erzeugten fundamentaltherme mit oder verknüpfung zusammenschalten zu einem sogenannten wired also verdrahteten oder also alle hier über einen kreis vertikal zusammengeschalten und funktionen von der linken seite ergeben dann ein output in disjunktiver normalform das möchte ich ihnen kurz zeigen als modell in logic circuit damit sie das einordnen können wie das funktioniert dieses modell bekommen sie dann auch im praktikumsversuch nummer vier zur verfügung gestellt hier habe ich mal einen ein solches pla modell in logic circuit zur verfügung gestellt hier auf der linken seite haben wir die und matrix und verknüpfung können in horizontale richtung definiert werden dann auf der rechten seite dort haben wir die oder matrix oder verknüpfung können in vertikale richtung definiert werden werden jetzt mal folgendes machen wir werden mal einfach eine und verknüpfung zusammenbauen mit folgende mit folgender funktion wir nehmen eine und verknüpfung y ist gleich x1 und nicht x2 und diese unverknüpfung möchte ich mit hilfe meines plas realisieren dazu schaue ich mir meine beiden eingänge an x1 und x2 diese beiden eingänge die sind hier unten zu sehen und x1 und nicht x2 muss ich jetzt auf eine unverknüpfung aufschalten zum aufschalten auf die unverknüpfung muss ich hier die zwei elemente entfernen so hier links das gehört zu x1 diese spalte und diese spalte hier gehört zu nicht x2 und an diesen stellen muss ich ein kreuzchen setzen beziehungsweise in meinem logic circuit modell ist das kreuzchen so ein kleiner leuchtpunkt den sie gleich in betrieb sehen werden dort schicke ich also mein kreuzchen rein meine aufschaltung auf diese unverbindung hier und dann möchte ich dass diese unverknüpfung jetzt hier raus geht an den ausgang y und dazu muss ich diesen ausgang auf die oder leitung schalten mit einem element so jetzt habe ich meine programmable logic array schaltung programmiert für eine unverknüpfung zwischen diesen beiden variablen beziehungsweise x1 und nicht x2 jetzt simulieren wir das ganze mal dazu schalte ich es ein und jetzt sehen sie grafisch dargestellt also so schön leuchten tut natürlich das ic nicht dass ich im praktikum verwenden das geht nur hier in diesem simulations modell ich habe hier x1 und x2 auf 0 geschaltet also x1 und nicht x2 sollte am output eine 0 ergeben das ist hier der fall jetzt mache ich mal folgendes jetzt setze ich mal die bedingung dass x1 und nicht x2 ein wahrheitswert wahr liefern sollte dazu muss x2 auf x1 auf 1 gesetzt werden x1 auf 1 da so und dann sehen dass folgendes passiert x1 wird auf 1 gesetzt und jetzt werden diese beiden inputs x1 und nicht x2 die werden hier auf die unverknüpfung gelegt sie sehen dass die unverknüpfung jetzt wahr ist die unverknüpfung die wahr ist wird an die oder matrix weitergegeben und jetzt kann ich dieses diesen term auf der oder leitung nach unten raus schalten bekomme x1 und nicht x2 gleich wahr heraus das ist jetzt für eine einzelne fundamental term darstellung also jede zeile stellt einen konjunktiven fundamental term dar jetzt kann ich natürlich eine disjunktive normal form durch oder verknüpfung mehr konjunktiver fundamental terme zusammenschalten das machen wir mal am beispiel der xor funktion ich möchte folgendes bauen ich möchte bauen y gleich x1 xor x2 und die xor funktion lässt sich ja in disjunktiver normalform ausdrücken das ist die voraussetzung dafür als x1 und nicht x2 oder nicht x1 und x2 das ist der grund warum wir gerade diesen teil schon gebaut haben das ist nämlich genau das was wir eben implementiert haben müssen also noch diesen fundamental term x1 quer und x2 hinzufügen in unser pla damit wir jetzt eine xor funktion in disjunktiver normalform programmieren können und das bedeutet dass wir wieder ausschalten jetzt brauchen wir nicht x1 und x2 nicht x1 und x2 nicht x1 und x2 das ist unser zweiter fundamental term und den müssen wir jetzt aufschalten auf die oder verknüpfung also beide fundamental terme werden oder verknüpft und dann haben wir jetzt unsere xor funktion realisiert jetzt werden wir schauen wie das in der simulation funktioniert einschalten und jetzt haben wir folgende situation zunächst mal sind x1 und x2 gleich 0 wir haben ja angeblich eine xor funktion gebaut das heißt es darf genau einer der beiden einträge x1 und x2 gleich 1 sein damit der ausgang y auf 1 geht und wenn beide gleich 1 sind oder beide gleich 0 haben wir 0 am ausgang so machen wir mal 1 gleich 1 zack dann sehen wir der erste fall tritt ein x1 und nicht x2 schaltet durch machen wir beide gleich 1 so dann haben wir den fall dass beide unverknüpfung nicht zutreffen wir haben hier x1 und nicht x2 sowie nicht x1 und x2 beides führt dazu dass wir keine zutreffen der und funktion am ausgang haben dementsprechend wird auf die oder verknüpfung nichts ausgeschaltet aufgeschaltet der output bleibt auf 0 und jetzt schalten wir x1 auf aus dann haben wir die situation dass der zweite fundamental term zutrifft x1 quer und x2 ist gleich 1 wird auf die oder funktion aufgeschaltet und da haben wir dann unser output gleich 1 also damit die xor funktion realisiert und sie sehen dass ich müsste mich jetzt nur sagen mit also ich brauche jetzt hier nur eine logik synthese in disjunktiver normal form so dass ich jetzt jede beliebige logik funktion durch aufschalten von unterm auf eine oder leitung hier realisieren kann das ist das charakteristikum eines pla dass sie so ein hardware kaufen und programmieren können und wir werden diese programmierung simulativ in logic circuit nachvollziehen und das ergibt uns jetzt auch die möglichkeit wie wir ein digitales schaltwerk bauen können der gedanke der jetzt hinter steht sieht so aus wir haben ja unser schaltwerk was wir bauen wollten so schaltwerk was wir bauen wollten besteht aus dem schaltnetz und dem zustandsregister und das schaltnetz werden wir jetzt wie gerade eben schon angedeutet mit hilfe einer pla schaltung realisieren und das ist tatsächlich die einfachste realisierung die wir für das schaltnetz nehmen können denn diese darstellung die sie hier sehen ist nichts anderes als eine direkte umsetzung unserer wahrheitstabelle unserer unserer zustandsübergangstabelle in die pla darstellung dazu nochmal hierbei ist parallel nebeneinander was haben wir hier schauen sie sich mal die zeile eins ein in der zeile eins steht ja was müssen wir da haben wenn die eingaben start und eben g gleich null sind und zustands bits null und null sind dann müssen als ausgaben nur das rot signal gesetzt werden alle anderen bleiben auf null und jetzt schauen sie sich bitte mal hier diese ausgabe an hier haben wir kodiert nicht start nicht emergency und 0 0 bei den beiden zustands bits und als ausgaben setzen wir 0 0 1 0 0 genau das was in unserer wahrheitstabelle steht und so können sie wenn sie noch ein zustandsregister hinzufügen was genau zwei bits speichert diese zwei zustands bits hier zurückführt in die matrix unten mit hilfe einer solchen pla schaltung die zustandsübergangstabelle direkt programmieren ohne dass sie noch irgendetwas machen müssten das heißt also diese pla darstellung erlaubt uns die realisierung eines endlichen automaten ohne weitere arbeit in bezug auf logik minimierung und so weiter aber natürlich mit einem gewissen hardware kosten weil natürlich unminimiert diese logik sehr umfangreich werden kann das möchte ich ihnen an diesem beispiel zeigen wir hatten also jetzt gerade unsere zustandsübergangstabelle auf diese art und weise realisiert und jetzt werden wir das ganze in logic circuit modell überführen und schauen ob die ampel tatsächlich ihren dienst so tut wie gewünscht sie werden sich jetzt noch eine frage stellen müssen wie gehen wir denn bei der überführung von don't cares in eine pla tabelle oben ja es war ganz klar 0 0 und 1 0 können wir in ein pla übersetzen indem wir eine leitung aufschalten oder das komplement aufschalten also die querleitung aufschalten auf die unverbindung was machen wir bei einem don't care ist eigentlich ganz einfach don't care bedeutet ja dass das betreffende signal in der zugehörigen konjunktion also der unverknüpfung von diesen vier variablen keine rolle spielt das heißt es wird einfach gar nicht aufgeschaltet schauen wir uns das mal hier an an dem endlichen automaten den ich überführt habe in ein logic circuit modell hier steht genau das hier haben wir die erste zeige die wir gerade gesprochen haben gesprochen haben 0 0 0 0 0 ist hier kodiert in jeweils den querleitung start quer emergency quer zustands bett 1 quer zustands bett 2 quer so und jetzt gucken wir mal in diese zeile nummer drei hier dort steht das start gar nicht drin ja das heißt weder start noch start quer sind hier in die und matrix aufgeschaltet worden und das entspricht genau unserer erwartung hier zeile 3 das start war gleich x x heißt also gar nicht aufschalten nicht berücksichtigen als input das habe ich ihnen jetzt in logic circuit gebaut lassen sie uns das ganze mal live ansehen hier habe ich das gerade gezeigte modell indem ich diese zustandsübergangs funktionen ausgabe funktionen direkt als pl a schaltung realisiert habe also die bits und bytes die hier sehen sind eins zu eins die zuordnung in der tabelle sie können also für jede tabellen zeile eine pl a zeile anlegen und einzelnen und nullen und x wie hier gezeigt direkt kodieren so was müssen wir machen für die für die zustands speichern in einem automaten ja wir brauchen hier unten ein zustandsregister und dieses zustandsregister das besteht im wesentlichen nur aus zwei flipflops die habe ich ihnen hier gezeigt zwei d flipflops master slave d flipflops so wie sie im praktikum gebaut haben dort haben wir zwei eingänge d0 und d1 für die zustands bits s1 und s0 hier gespeichert werden und über einen gemeinsamen takt versorgt werden also bei jeder positiven taktflanke wird die von der zustandsübergangs funktion delta berechnete neue funktion eingespeichert und wieder ausgegeben so dann werden wir dieses ding mal simulieren jetzt zur simulation ich schalte den automaten ein und das erste was wir machen müssen ist den automaten hier unten in seinen normalen betriebsfall setzen das heißt also einmal die reset taste drücken damit der automat in seinen grundzustand versetzt wird und im grundzustand haben wir gesagt dort wollen war dass der zustand null eingenommen wird und rot gezeigt wird woran sehen wir den aktuellen zustand der aktuelle zustand der kommt ja hier aus dem zustandsregister raus in denen ist eingespeichert s1 i s0 i und hier sehen wir hier sind die beiden rechten lampen am leuchten das heißt hier steht der zustand null null jetzt machen wir folgendes wir gehen mal unser zustandsübergangs diagramm durch der automat der soll ja warten im zustand rot solange wir kein auto auf dem startsignal haben auf dem sensor das heißt ich fange jetzt mal an zu takten hier manuell takt 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 und sie sehen dass sich an diesem automaten nichts tut und das ist genau das was wir gewünscht haben denn was passiert wir haben hier unser unseren zustand und hier die folge zustands informationen das heißt der folge zustand der berechnet wird bei der gegenwärtigen eingabe situation ist null also der automat kreist im warte zustand solange bis ein startsignal durch ein auto kommt das wollen wir jetzt mal setzen setze jetzt hier mal das startsignal mich das startsignal setzte achten sie mal drauf was hier passiert ja es kommt noch kein takt ich setze nur das signal was das auto über dem sensor bewirken würde so startsignal gleich eins was passiert dann der automat berechnet dass jetzt der folge zustand 0 1 sein muss also der zustand in dem gelb ausgegeben wird er rot gelb ausgegeben wird es wird aber noch nicht rot gelb ausgegeben denn das wird erst passieren soll bald die neue zustandsinformation im zustandsregister eingespeichert ist also bei der nächsten positiven takt flanke das machen wir jetzt also ein takt positive takt flanke jetzt jetzt wird in dem moment die folge zustandsinformation im zustandsregister eingespeichert und es wird rot gelb an den outputs angezeigt wenn wir in diesem zustand sind dann wird eine unbedingte transition ausgeführt richtung grün da sehen sie hier steht schon der zustand 1 0 als folge zustandsinformation das heißt beim nächsten takt müssten wir in grün landen kann start auch gerne wieder zurücknehmen das macht keinen unterschied und takt grün hammer dort jetzt kommt der nächste takt dort sehen wir dort ist jetzt die folge zustandsinformation die zustandsinformation 1 1 also zustand s3 in dem gelb ausgegeben wird einmal takten dann kommt gelb ja 0 1 0 und folge zustandsinformation wieder 0 0 damit gehen wir zurück in den warte betrieb bei unserem initial zustand takt und da sind wir und jetzt können wir wieder beliebig lange takten solange kein auto da ist und kein notsignal kommt werden wir in dem zustand rot bleiben jetzt wollen wir diesen emergency zustand mal durchprobieren der krankenwagen kommt jetzt setzen emergency gleich 1 achten sie wieder darauf was hier passiert in der folge zustandsinformation sobald ich emergency auf eins setze ja wird hier der folge zustand zu 1 0 das bedeutet beim nächsten taktschritt wird der zustand s2 eingenommen in dem grün ausgegeben werden muss direkt also manuell takten zack wir gehen sofort von rot auf grün und können jetzt beliebig oft takten solange uns das emergency signal erhalten bleibt bleiben wir bei dem folge zustand 1 0 wir drehen uns in dieser selbst schleife unten bringen wir das noch mal eben kurz auf den bildschirm wir drehen uns jetzt hier in dieser selbst schleife solange der krankenwagen sein emergency signal hält und erst wenn er es wieder zurück nimmt emergency auf 0 dann gehen wir den normalen zyklus über gelb und rot zurück in den warte zustand und können jetzt dort weiter klicken und bleiben dort so sie haben gesehen wie wir in der lage sind aus einer verbalen beschreibung des verhaltens eines endlichen automaten eine formale darstellung in form eines zustandsübergangs grafen zu entwickeln und diesen zustandsübergangs grafen dann mit hilfe von zustandsübergangs tabellen und der sogenannten zustands codierung in die form einer wahrheitstabelle zu überführen die wir direkt in einer pla basierten automatenschaltung einem digitalen schaltwerk realisieren können das soll der wesentliche stoff für heute sein werden uns beim nächsten mal ansehen wie wir noch verschiedene formen der zustands codierung verwenden können um diesen automaten in digitalen hardware bedarf noch zu minimieren wir haben jetzt heute erst mal gelernt wie wir einen automaten bauen können und ein digitales schaltwerk darstellung entwickeln können unminimiert das heißt wir haben die wahrheitstabellen eins zu eins in die programmierbare logik schaltung übertragen am nächsten mal fragen wir uns wie können wir den hardware aufwand der hier dahinter steckt mit hilfe der logik minimierung noch verringern so dass wir zur effizienter darstellung ein und derselben funktionalität kommen da geht es dann um fragen der effizienten zustands codierung und die frage der logik minimierung der einzelnen zustandsübergangs und ausgabe funktionen delta und lambda das machen wir beim nächsten mal versuchen sie schon mal das hier nachzuvollziehen in der zwischenzeit können sie sich mit dem praktikumsversuch nummer drei beschäftigen mit der anwendung der flipflops diese flipflops werden wir dann brauchen um die zustandsregister zu realisieren das sollten sie also soweit operativ im griff haben dass sie damit umgehen können so dass wir darauf aufsetzen können wenn wir die automaten dann beim nächsten mal minimieren ich wünsche ihnen noch einen angenehmen tag und wir sehen uns gleich wieder in der webex konferenz bis dahin tschüss